jollo und herzlich willkommen zu einem neuen flight geht und ja ich muss jetzt hier noch kurz alles reinhauen weil ich bin irgendwie ein bisschen spät dran ich werde mal voll power abspielen ich habe keine hps und dann habe trotzdem 66.000 hp weil ich jetzt wie alles reingeknallt hat plus super nightmare und ja ich will heute auf jeden fall ein paar punkte machen ich will einfach nur keine also ich will nicht keine punkte haben also ich will punkte haben also ich will einfach nur jemanden geben genau wenn ich mir noch kurz schon irgendwas vergessen habe perfect block fehlt noch und eigentlich will ich auch noch eye of hawk genau perfekt auch noch an machen das war ja nur beim ersten mal an ich habe vergessen die verschaft zu kaufen fällt mir gerade auf egal es ist nicht so wichtig ich werde eh nicht zeit genug haben alle dinger zu machen pet klick mal zu und dann was haben wir alles an ja es ist eigentlich gar nicht immer so schlecht fast 20k atk voll damage bin ich gegangen auch bei den beats keine blog gerade gar nichts ja also wenn ich heute kein kill dann quitt ich nein aber ich habe einfach mal wieder bock drauf gehabt und ich bin wenn ich einmal wieder mit spiel ich mir dachte kaum die power abs liegen bei mir eben noch im inventar um und von daher kann man sie auch benutzen ja genau ja es war jetzt echt zu knapp bezüglich noch voll den stress hier geschoben damit ich es dann noch rechtzeitig schaffe so drei zwei eins ok wen suchen wir uns aus wo du der das sieht doch ganz saftig aus das ist perfekt neuer gekillt okay das scheißes name nein woher wurde ich gewonnen schottet keine ahnung von was mit ok keine ms angreifen ach hä drückt doch dacelo hallo nein ich habe ein rest bug no way echt beim ersten toten rest bug das ist ein scherz oder oder habe ich einen dc nee habe ich nicht sonst würde ich ja nicht alles sehen alter willst du mich verarschen beim ersten tod ich hätte noch nie rest bug mit dem ranger oh shit alter nochmal kurz probieren aber ja ich wäre schon längst tot wenn ich keinen hätte oh man alter vor allem beim ersten tod und dann werde ich am ende abgeschlachtet ey hey warte ich habe vier punkte warum habe ich vier punkte ich habe nur ein kill gemacht ja eigentlich habe ich auch nur zwei punkte hä schaut mal wo da unten steht hier steht zwei und hier oben steht ach vier leben ich bin auch ein trottel alter ich habe so lange kein gewinn mehr gespielt habe keine ahnung wie das irgendwas geht ja alter geil rest bug gg oh man ey jetzt müssen wir bis zum ende warten und dann werde ich viermal hingerichtet ach du scheiße wenigstens rockt unser gegenleiter ab zweiter sogar vielleicht kann er sogar mvp holen der erste hat gerade mal fünf punkte mehr laberto ich glaube das ist sogar ein zuschauer oder war mal ein zuschauer moment mal stirbt jetzt eigentlich mein pet nee doch ja lol was passiert jetzt mit meinem pet ist es jetzt eingepackt eigentlich schon ich habe keine ahnung okay unser gegenleiter ist erster nice 28 punkte aber leider haben die bps ihre punkte ja noch nicht gemacht die kommen erst am ende naja aber kuhn ist schon am start kuhn ist glaube ich sogar mvp gegenmeister 4 erhalten jetzt geht es aber los hier schiato 81 punkte miricke und voodoo 0 aber von miricke habe ich glaube ich auch noch gar keinen gesehen oder ein glaube ich nicht es sind wenn dann eh nicht viele dabei von denen wahrscheinlich nur einer alt ist das ärgerlich da wachst du einmal beim scheiß geht rum mit und dann hast du den scheiß rest bug naja das wird jetzt wohl kaum so lange dauern dass ich mich wissen 1000 ja es sind 1000 sekunden das ist fast fast eine viertel stunde oder sogar mehr als eine viertel stunde nein wartet doch ist es oder 3600 1800 ist eine halbe stunde ja doch was mehr als eine viertel stunde 900 sekunden sind eine viertel stunde ja ist ja auch egal das patch stirbt eh nicht und schiato hat schon gewonnen aber unser gegenleiter kann vielleicht echt mvp holen weil so viel sind da nicht mehr da und wenn dann müsste ja ich habe keine ahnung wer das überhaupt ist dargos ich habe den namen noch nie gelesen dargos i don't know nope keine ahnung dargos habe ich noch nie gesehen den namen aber ist wahrscheinlich noch wieder ein name change von irgendjemandem ich weiß nicht mal in welcher gede der ist wobei er kuhn auch schon 29 hat von daher ist er egal ah nee kuhn ist gar kein bp kuhn ist ein elle ah da dargos dargos syndrom alle leute doch den kenne ich schon stimmt ja ich hatte das mit dargos konnte ich gar nichts anfangen alter ist das ätzend hier rum zu hocken und sich die scheiße so anzuschauen ich weiß noch einmal hatte ich mit meinem neid auch ein rest bug aber da habe ich ja eh nichts also da habe ich ja eh nichts gemacht also da konnte ich eh nichts machen sagen wir es so ah und ist schon vorbei ich glaube schon ne da lebt noch jemand von den 2 usern hat der hat der eine dinge zum transiergang gemacht oder was das ist eine albertransi ach du scheiße oh gott es geht los oh vielleicht habe ich es noch schnell in dageloo und oh ich habe es echt geschafft leu oh er hat mich aber gedingenst er hat mich dieser miese mieser wichser er haut einfach das scheiß root raus toll ich kann es halt nichts machen jetzt kommt irgendein bp und der seite mich weg ich weiß nicht mal wer kommt ah ach wichser mann ist das ne scheiße alter ich habe schon gedacht hey bin ich jetzt behindert oder was kann ich jetzt keine skills mehr benutzen aber ja offensichtlich nicht toll wen kann ich davon bitte killen keinen kann ich meinen anvisieren soll ich coon probieren oh gott hey hey ich hänge fest oh gott oh geh doch down junge scheiß wichse oh man ich bin so salty hey alter ich hätte ihn halt killen können ich dachte der hat so viel hp aber hat er gar nicht das ist das demütigende alter wo ist mein scheiß pet food oh 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 er hat mich schon gefettert hä ja gut okay dann halt dann halt nicht ne what the fuck alter ich bin im dark elo und der killt mich einfach geiles spiel alter oh oh man ist das lächerlich ey wie kann so ne scheiße überhaupt existieren ich lauf rum ich seh alles alter ich seh alles ich kann rumlaufen ich kann alles machen aber lieg am tot am boden da muss man sich schon fragen was mit dem scheiß spiel eigentlich in ordnung ist zwei punkte ich bin letzter nur weil ich ein rest bug hatte ich hätte easy noch ein paar leute killen können so ein verficktes scheiß spiel jetzt weiß ich warum kein spiel äh gb mehr spielen will ohne witz ey ich hatte anscheinend bisher großes glück dass ich keinen hatte so ein lächerliches scheiß spiel also was das angeht das ist echt ey ne was das ist ach ne ganz ehrlich ey so ne verfickte scheiße alter da machst da hast du wirklich schon wieder das reicht mit schon wieder für ein halbes jahr alter jetzt kann ich mich wieder nicht laufen alter der spiel ist so eine hundescheiße ich kann nicht laufen ich kann nicht laufen das spiel ist so ein rotz alter tschüss tschau ich hatte mit meinem letzten tod ich hatte mit meinem letzten tod noch mal ein rest bug ich war ich war tot ich war grad tot das spiel ist so abartig lächerlich ey der spiel glaub ich nie wieder gb Nee ja das ist so ein rotz alter